So, wir haben uns hier versammelt, um Yuga und Draki zu vereinigen. Nein, nein, okay. Um hier in dieses Schiff zu gehen. Hallo, wir sind wieder da. Wir sind hier bei einem riesigen Piratenschiff. Genau, weil wir hatten gerade nämlich einen Serverabsturz. Und ja, da haben wir uns jetzt alle wieder versammelt. Wir haben hier einen Dungeon-Turm, ein fliegendes Schloss, ein Schiff unter Wasser. Da ist Draki, nee, da ist Mr. Morgan, da ist Draki. Hey, da ist ein Piratenschiff. Und hier ist ein Piratenschiff. Also, ihr wisst, wo wir hier die nächste Zeit unserer Abenteuer erleben werden. Piratenschiffe. Oh Gott. Alter. Alter. Warum zum Teufel ist hier so viel TNT oben? Das ist alles voller TNT. Oh, hier muss ich doch glatt mal meine Fackel hinstellen. Ja, mach mal. Nee. Dafür ist es ein Eingang. Oh Gott, hier sind schon Piraten und die haben nur 20 Leben. Und, und Skelette. Und, die kommen hier nicht rein und ich kann die alle nacheinander kaputt hauen. Na, wie geil. Ich bin dafür, dass wir wirklich, dass TNT eine Luft haben, weil wir dann einfach einen guten Eingang haben. Hier ist noch ein Guter mit dabei. Warte mal. Ja, ich weiß gar nicht, wen ich jetzt hier haue, weil ihr mir auch alle vor der Nase rumspringt. So, wir sind im Buch des Schiffes unten. Ja. Hier oben warten auch echt schon die nächsten Gegner auf uns. Wir sind unten. Unten würde ich zuerst. Ja. Ich bin unten, dass Spawner sind hier. Ja. Boah, hier bin ich ja so ein Schildtypi. Stirbt. Oh Gott, die schießen. Oh Gott, ich bin gestorben. Ja, aber durch Moor. Moor, du Schwein. Da du vor mir gerannt bist. Ja, ich bin weggerannt. Dein Zeug fliegt um mich rum. Dein Zeug fliegt um mich rum. Hier liegt ein Spiegel und alles. Ja, ich bin ja schon da hier wieder. Ich heb gerade schon auf. Oh, Melone. Der hat eine Pistole in der Hand. Ja, da hörst du das nicht die ganze Zeit knallen, Alter. Dein Zeug fliegt um mich rum. Möchtest du das mal wieder abholen? Ah, wieder abholen? Bin dabei so. Gerade so zwischen Tür und Angel quasi. So, ich glaube, jetzt muss er wieder haben. Okay, es scheint hier unten clear zu sein. Was zur Hölle ist das? Das ist rosa. Was mache ich mit einer goldenen Feder? Das weiß ich nicht. Nichts. Federn gehen. Ich bleib hier auch so in einem Neconomikon. Da ist noch ein Köcher auf der anderen Seite. Ach du Scheiße. Nein, ich war zu neugierig. Deco. Alter. War das ein Super-Creeper? Nein. War das TNT? Yes. Sei froh, dass ich das andere Zeugs abgebaut hab. Ja, ich geh jetzt grad schon mal ne Etage nach oben. Ach, das ist ne TNT-Kanone hier. Guckt euch das an. Ja, krass. Ich drück mal drauf. Und? Oh, es geht doch nicht weg. Geh weg, ihr Yuga. Und zur Hölle seid ihr schon wieder. Wir sind ne Etage höher. Ich will mitmachen. Wir haben Spaß. Ja, moh, lass mal eine TNT-Kanone für Draki. こ. ja hier drück einfach mal hier nein auf den knopf drücken der ruffel komm mal hier sind noch ganz viele gegner wir haben hier so viel scheiße dabei ja und die können halt schießen und die zündchen ihre ganze kante fliegt echt einfach alles in die luft diese ganze action jetzt hält mein herz nicht aus wieder gestorben echt nö ich lebe noch oh gott jetzt bin ich gleich tot ich muss mich schnell in sicherheit bringen und nachladen und natürlich jetzt kommen die natürlich an ey nein die klauen meine ausrüstung die klauen meine jobs sie klauen meine jobs ja ich glaube da unten ist eine versunkene stadt oder so nein ich bin nicht jetzt gestorben Entschuldigung von draki obwohl ich nicht mal da rumgelaufen bin mich verfolgen zwei piraten auf dem weg ich habe mich mit dem typen hier geprügelt ja aber dein zeug fliegt jetzt um mich rum du kannst es dir gerne wiederholen ja ja ich bin schon mal wieder da alter ich sehe nichts mehr ah jetzt sehe ich wieder was alter also ausrüstung ist hier echt schneller weg als man denkt oh gott äh ich gehe mal ganz schnell oh gott die haben hier überall Kisten lass die mal äh ausrauben und so da bist du auch schon oben bei mir ja ja ich bin oben aber ich kann hier oben nicht viel machen ich sterbe ja gleich ich warum treffe ich die nicht gott denn hier halbe schiff ist schon auseinander geflogen ich kite die hier gerade einfach nur noch so lang hier ist ein Baum Backpack nur mal so wenn das jemand braucht ja ich geh jetzt da auch mit rein ich guck mir auch mal an ob was es da so gibt hier Prozent Oh Gott auf alle Fälle auf jeden Fall mal essen Diamantdecker hier gibt es ein Diamant-Deutsch ja Alter und ein Diamant-Schild ist da auch drin ich hab mir jetzt einen Rucksack mit Haar so ich hab jetzt mal die Gold-Ausrüstung Golden Boots jetzt auch ein Golden Helmet und ein erleuchtendes Stone Sword und Kaktus-Cloaf-Boots aha okay vorsichtig von hinten kommen sie ganz viele haha ich hab ein Schild das stimmt was ist so ein Schild ne und ein Dagger Dagger jetzt kann ich hier backstabben ey das klingt wie ein Ausdruck den die Kids im Blog benutzen Dagger ja voll Dagger Dagger Digger oh ich hab's jetzt sogar nen Iron Bow mit Power One und die und nen äh die Shame Chest Ich hab ein Reinforced Bow, was soll man das sein, oder? Reinforced Einfach nur ein Reinforced Ich hab hier Lustiges Zeug Protection 4, ja auf jeden Fall besser Ja, ist sehr gut Nach oben wollte ich eigentlich mal gehen Kommt man aufm, aufm Mast hoch Gucken was da oben findet, must have Ach du verdammte Ficke Runter da, runter da What the fuck, what the fuck Was, was, was? Ich bin grad runter, ich bin, ich, ich komm wieder hoch zu euch, ich komm wieder hoch zu euch Können wir uns mal bitte sammeln? Hast du einen Bossgegner gefunden? Ja, da ist der Piraten-Käpt'n Ah, geil Was ist der Knalli hier in Gold? Oh ja, ah ne, doch nicht Nein, nein, seht ihr den da oben? Piraten-Käpt'n, da ganz oben Ja, ja Okay, und der ist super stark 500 Lebenspunkte Boah, geil, komm, lass ihn, lass ihn natzen, Alter Und er natzt uns Will irgendjemand Pfeile haben? Ich hab 45 Pfeile Ich Ja, gib her, ich hab, ich hab, ich hab einen besseren Bogen, ich hab einen leuchtenden Bogen Ja, dann, äh, komm her hier, dann, äh, schmeiß ich dich mal zu mit Pfeilen Und der Piratenbus ist gerade, äh, äh, davon gegangen, der ist im Wasser unten Äh, Drakki, du wirst alle Pfeile nach unten? Entschuldigung Der Piraten? Kommt ganz runter, ein Buch, kommt ganz runter, ein Buch, ganz unten Kommt, da hin Oh, ganz unten Der, äh, im Buch des Schiffes Okay Ich hab keinen einzigen Pfeil jetzt von Drakki bekommen Was? Ja Ich hab grad 45 Pfeile auf dich geworfen, hab extra meine Hose ausgezogen Komm her, Piraten-Captain, yeah Oh, hier ist ein Enderman, oder? Jetzt sind's zwei Jetzt sind's zwei Ja, ey, lauft mal nicht so, nicht so, nicht, nicht jetzt so wild durcheinander, sonst trifft jeder, jeder zweite Schlag, ähm, uns selbst Ich weiß, ich muss schnell was essen, ich hab kaum noch Leben Der macht Illusionen von sich selber immer Nein, fuck, hier ist ein Piraten, nein, 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 ich will nicht da hin, ich bin tot Nein Ah, ich hol dich her, Herr Drakki, warte schnell Ähm Ich hab ihn in der Ecke gemobbt Oh, er ist weg, oh ne Ich glaube, es ist immer, ja, es ist immer, immer, immer der mit dem Rücken hier, mit dem Umhang Mit dem Umhang Der ist mal der richtige Das war jetzt blöd Ich bin nochmal tot Ja, ich kann dich jetzt aber grad nicht, 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 nicht porten So Machen wir ihn fertig, Moor Blöder Piratencaptain hier Hier fliegt ein Schwert rum Der ist unsichtbar manchmal Ja Mal gespannt, was der gleich droppt, oder wenn überhaupt irgendwas droppt Wo ist er hin? Hinter euch Der ist unsichtbar 92 Leben noch 46, 37 Mach ihn fertig, yeah Ich hab einen Trickster-Dagger Oh cool Was ist das? Was ist das? Das ist ein Schwert und das sieht krass aus Steht eben in der Item-Beschreibung, was es hat Ne, ne, steht's nicht Drakki Hier Mach den mal tot, ich will mein Zeug wieder haben Ja, aber du kämpfst doch nicht, 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 nicht alleine ohne Ausrüstung Ja, was ich in der Hand hab Ein Decker Das ist, ist ein Dolch Das hat hier juga auch, aber ein Diamant Ich geh mal nach oben, wo der Herr, wo wir den gefunden haben Und schau mal, ob es bei dem oben dann, äh, dann die Lootkisten gibt Ja, äh, gibt es Hab ich schon gesehen gehabt oben Ja, hier oben sind nur noch ein paar Piraten Muss ich eben nochmal ein bisschen Ich hab erfolgreich ein ganzes Schiff geplündert Piraten haben's gut Tipp, und du bist weg Yeah Voll Piratenschiff geplündert Wie kommt man denn, denn da hoch, Moor? Weiß ich, äh, ich bin einfach nur hochgedingst Ich lass die Sachen in der Truhe Ich kann schon mal erzählen, was hier so ist Wenn ihr wollt Ja, klar, macht das Eine Menge Zauberstähle, ein Healing-Stab, ein Feuerstab Hier ist ein Big Magneta Backpack Ein Magic Boomerang Äh Boah, ich möchte auf jeden Fall den, den Feuerstab haben wieder Ganz viel, was, Shane, Leggings, Ironplates, Gelb, also Ja, ja, nicht, nicht vor mir in der Mitte Ich dachte, da wär schon eine Treppe Nicht überhaupt richtig Müssen noch eins, oder? Ich glaube schon, jetzt hier hoch Ah ja, hier Oh, hier, der ist, der, ein verzauberter Iron-Spear mit Feuerstab Ein Healing-Stab Hier ist ein Pausen-Stab Stimmt, wo seid ihr denn? Wir sind bei, wo der Piraten-Captain war Er ist mich runtergefallen Ja, ich, ich porte dich, porte dich zu mir Firestab, wie ist der Feuerstab? Ja, den will ich haben, wo ist der? Hier ist einfach ein Big Magneta Backpack Ich, ich, ich nehm den mal mit Wenn das okay ist Oh, das ist ein Pelzhelm Das ist ein richtiges Inventar-Teil Und ein Giftstab Und ein Eisenspeer Oh, ich hab wieder einen Feuerstab Ich hab wieder einen Feuerstab Nehm ich den Giftstab mit dir Wow, wow, wow Mein neuer Feuerstab Aua, aua, aua Ich hab euch gleich mal penetriert Aber wie geil Den behalte ich genauso wie er ist Mehr möchte ich gar nicht Ihr könnt den restlichen Loot haben So, brenne, schön Brenne Wo ist meine Tasche? Irgendwas hast du mir hingeworfen Da ist meine Tasche Ich hab aus dem Sinn meine Tasche weggeworfen Ich hab einen Big Magneta Backpack Also ne große Ich hör hier was? Du bekommst Schaden Wer, wer, wer hat mich verzaubert? Ich war's nicht Aber Oh, ich bin vergiftet Draki, bist du das? Ja, ich wollte Juga rächen Warum hast du mich dann vergiftet? Das war aus Versehen Ich wollte dich gar nicht vergiften Ich wollte nur Juga vergiften Draki, du weißt schon Dass ich jetzt daran sterbe Warte Nein, tust du nicht Nein, geht doch So super Ich hab mich grad selbst hochgehalten Sonst wäre ich jetzt gestorben Was ist das hier? Hier Lass mal was testen Aua Guck mal Juga Ey, geil Wie geil ist das denn? Ey, wuuu Nur die geilen Sachen bekommen hier Wie, 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 wie Setz ich das ein? Einfach jemanden hauen Ja, heil uns alle hoch Du bist jetzt unser Healer Aua Mein Bumerang des Todes Der ist ja mal geil, der Bumerang Ah, mein Stab ist geil Guck dir das an Mein Stab ist viel geiler Ich hab einfach mal Ein Big Magneter Backpack gefunden Da hab ich einfach so viel Zeug drin So geil So, jetzt sind wir die Powerpuff Rangers Die Powerpuff Rangers? Ja, so ne Mischung aus Powerpuff Girls Und hier Diese Rangers Ey, Leute Wir haben so unglaublich viel geiles Zeug mittlerweile gefunden, ne? Ja, das ist echt geil Ich würd sagen, lass doch jetzt mal in diesen komischen Turm gehen Jetzt mit unseren Superwaffen Wollen wir nicht irgendwie erst die Sachen sichern? Ganz ehrlich Wo willst du sie denn sichern? Keine Ahnung Wenn wir sterben, sterben wir Das ist ja grad das Geile hier Aber da ist noch ein Gegner Hier ist Boote Echt? Ja, das sind Boote Wo denn, wo, wo gibt's Boote? Vorne ist eins im Wasser Mehrere Hau mal einer kaputt Kommt ins Wasser, Leute Hier sind Boote im Wasser Ja, wo im Wasser? Welche Richtung sind im Wasser? Überall hier im Wasser, wo ich bin Sind Boote Ja, okay Ich, okay Ich, 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 ich sehe Schnappt sich jetzt wieder am Boot Traki, du vergiftest mich schon wieder Nein, ich hab doch, aber ich hab doch In die andere Richtung gehauen Kann ich dich denn vergiftet haben? Du musst Du musst vorsichtig sein Mit, mit diesem Stab Ey, weißt du, was der Boomerang kann? Aber ich hab doch in eine ganz andere Richtung gehauen Weißt du, was der Boomerang kann? Ja, ich sterbe jetzt Und dann verliere ich mein ganzes Zeug Yuga, weißt du, was der Boomerang kann? Ja Ich kann damit Items zu mir ranholen Die weiter weg sind Okay, ich höre Zombies Das ist wie in The Legend of Zelda Okay Ja, da sind Zombies und ein Creeper Lass mal jetzt mal zu dem, zu dem Turm Ja, würde ich gerne Wenn jeder ein Boot hat Und jeder da ist Also Also ich hab jetzt meins So Wo ist Ju? Komme So, ich, ich fahre los In meiner Bade Oh, es geht super schnell mit dem Boot Kann ich sagen, ganz schön flott, ne? Miau Jetzt wird jetzt wieder so ein Turm Mit so einem Golem da oben Ja Alles dann sprengt Da müssten wir wirklich aufpassen Und wenn er tot ist Stürbt alles Wir müssten das versuchen Irgendwie vorher zu plündern Dummes klingt Kann ich eigentlich aus meinem Boot raus? Vorsicht Ich lauf da jetzt aber nicht rein So, ich hab jetzt mal Mein Boot kaputt gemacht Da ist ein Spinnenspawner Und ne Kiste Aber in der Kiste ist nix tolles drin Irgendwie Außer Leder Das kommt noch Es gibt mehrere Etagen hoch Wir müssten nur versuchen Einer muss abbauen Und einer zerstört Irgendwie Ja, okay Also ich kann nur Schaden machen Ich hab leider nix zum abbauen Ich auch nicht Ja, dafür brengst du uns aber auch alle ab Okay, ich töte dich gerade Ja, das sagt Das sagt die, die alle Alle fern Vergift Du musst dich gar nicht beschweren Jetzt hört mal auf Gibst du das hinter mir gestanden Jetzt einfach mal nicht alles anzünden Normal töten Und wir machen jetzt bitte Ich mach die Spinnenspawner dann auch weg Ah, da Du lebst hier noch Ah Okay Die, die, äh Stone Skyf Nimm ich auf alle Fälle mit Ja, kann ich, kann ich, kann ich vergessen Ich kann damit nicht, nicht, nicht abbauen So So so